Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute sowas ähnliches wie Anfair Mario, was wirklich gut bei euch ankam, nur mit einer Katzi. Und es ist anscheinend genauso ein Rage-Game wie das andere Spiel, was wir schon mal gespielt haben. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich es schaffe und ob mich dieses Spiel zum Ragen bringt. Okay, hier hoch, da kommt bestimmt auch was raus. Oh, ich kann rein, ich hab's gewusst. Aber ist das gut? Nochmal. Ich dachte, ich bin der absolute Mario-Profi, weil ich in das Loch gehe und dann sterbe ich da durch. Das ist doch gut. Okay. Das hat ihm ja gar nichts gebracht gerade. Sprünge ich hier hoch? Ich hab's doch gar nicht berührt. Minus drei. Ja. Okay, egal. Ach, shit. Okay, jetzt konzentriere ich mich, jetzt konzentriere ich mich. Ich möchte mal, also ich möchte schon eigentlich ganz gerne mal zwei Level schaffen, weil das ist ja eigentlich auch sehr schaffbar. Es ist nicht so schlimm wie Anfair Mario. Es ist nicht so, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so unberechenbar wie Anfair Mario, aber ich glaube, es ist, ja, da liege ich wohl doch falsch. Oh, shit. Oh, shit. Der Checkpoint ist da unten. Ich hab den ersten Checkpoint. Achtung. Plopp. Plopp. Okay, kann ich erscheinend benutzen. Das hab ich noch geschafft, aber eigentlich müsste ich daraus auch mal lernen. Nein. Hier kann ich diesmal nicht rein. Ach du Scheiße, das hat mich ja übel erschrocken. Jesus. Okay, einfach wieder rüberspringen. Hier dran. Oben. Ah, nicht reinfallen. Oben rauf. Jetzt nicht an dem Aggressiven. Kann ich hier rein? Nein. Okay, aber da sehe ich auf jeden Fall, das ist schon dieser Aufstieg zum Ziel. Ich glaube, da habe ich tatsächlich schon Level 1 geschafft. Bei gar nicht mal so viel Minusleben, finde ich. Jetzt mache ich alles wieder richtig. So, hier dran. Leute, so spielt man als Profi. Und hier lang. So, jetzt lasse ich die kommen. Nein, nicht wirklich, oder? Nein. Was? Hä? Ich bin doch nicht mal gelaufen. Nein, nein, nein. Gut, gut. Nein. Oh. Jetzt schaffe ich diesmal kommen. Mund hier hoch. Jetzt kommen diese Viecher. Jetzt warte ich hier. Patiently. Okay, und jetzt? Ich kann nichts machen. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Nichts. 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 Ich konnte, ich bin gesprungen. Hä? Kann man das Level schaffen? Mit Sicherheit, oder? Ist doch nicht das einzige Level. Gibt es doch schon noch ein zweites Level, oder? Ich kann nicht glauben, aber ich weiß, wenn ich... Vielleicht muss ich mich irgendwie... Muss ich irgendwo anders hin? Vielleicht ist es nur so ein Fake-Ziel? Okay, springen wir jetzt mal hier wieder rüber. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hä? Kann ich mit der Maus was machen? Mit der Maus? Vielleicht... Oh, jetzt bin ich irgendwie hier rein. Stirb. Stirb. Ich kann nicht mal sterben. Au. Ich weiß nicht, wie ich dieses... Nein, ich bin schon wieder da reingefallen. Was soll ich denn machen? Ich bin nicht ganz oben dran. Und jetzt? Ich hau einfach auf meine Taste. Oh, jetzt habe ich Sachen geöffnet. Das hat nicht geklappt. Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Jetzt habe ich irgendwo drauf gehauen und... Ich kann nicht mehr laufen. Was habe ich jetzt getan? Ich kann nicht mehr laufen. Hallo? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Nein. Ich hau einfach wieder drauf. Jetzt habe ich es, glaube ich, neu geladen. Nein. Bitte nicht. Jetzt muss ich es nochmal von vorne machen. Warum bin ich so... Es gibt ja mehrere Level. Es gibt ja mehrere Level. Also muss es ja irgendwo einen Weg geben. Aber der Anfang war ja leicht. Den kriege ich, glaube ich, schnell hin. Okay, das habe ich wieder. First try hinbekommen. Aber... Aber... Was soll ich denn da hinten machen? Ah... Jedes Mal, weil ich es vergesse einfach. Hier ist halt auch nichts. Jetzt kommt es schon wieder. Nein, 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 nein. Ich hätte einfach einmal ins Spiel klicken müssen vorhin und ich wäre wieder gegangen. Aber nein, ich hau lieber jetzt 20 Mal auf meine Tastatur und hoffe, dass es wieder geht. Okay, so und jetzt? Äh, kann ich da nicht rein? Muss ich da nicht rein? Doch. Jetzt? Jetzt kann ich reingehen. Level 2. Es war eigentlich klar. Also es war wirklich, wirklich klar. Aber... Ja. Was? Jetzt chillt der da. Ja, komm. Level 2 möchte ich auch noch schaffen. Da kann ich mehr... Ja, komm. Ja. Hier drauf, nicht rein. Oh. Ich war schon so weit. Ich habe schon die Flagge gesehen, gerade eben. Okay, Moment. Wie mache ich das jetzt? Hier springe ich dagegen. Da ist ein Block. Ich möchte noch das Level wenigstens schaffen, wirklich. Also, das Level möchte ich noch schaffen. Danach bin ich echt fertig für heute. Weil es reicht langsam auch mit den ganzen Leveln. Was? Stimmt, darauf kann ich jetzt nicht. So. Und jetzt kommt da dieses komische Vieh raus. Da kam noch eins. Aber ich habe die Fahne. Ich habe die Fahne. Okay. Es fällt alles runter. Mhm. Okay. Wenigstens die Fahne. Wenigstens schon mal die. Jetzt rushe ich einfach durch. Nee, das darf ich ja nicht nehmen. Ist ja böse. Toll, sie ist da drin. Ich komme nicht mehr weg davon, ne? Ja. Toll. Da darf ich bestimmt nicht drauf springen, weil es Stacheln hat, oder? Ja. Schon gedacht eigentlich. Aber naja. War ja klar. Ich will nicht an das Fragezeichen. Da darf ich bestimmt nicht dran. Safe. Darf ich da? Doch, man darf dran. Okay, ups. Oder man darf nur die. Ich versuche es mal, wenn man da dran darf. Erstmal hier schnell durch. Schnell, schnell, schnell. Jetzt lang soll ich den Dreh raus. Nein. So, ich bin doch gar nicht so stark gesprungen. Ähm. Ähm. Hä? Ja, also was richtig. Hier rüber. Nein. Ich hatte es, glaube ich, fast. Da war schon die Röhre. Über dieses Scheißvieh. Nein. Oh. Oh. Egal. Nochmal. Irgendwie, keine Ahnung. Bei der Sprung ist es irgendwie so glück. Ich weiß nicht, wie es noch besser gehen soll. Das ist nicht so schwer, weil da muss man einfach schnell durch. Und hier muss man ein bisschen mit Gefühl hoch. Aber dann dieses Kack-Ding, das so langsam von Fleck zu Fleck geht. Ich glaube, ich muss weiter hinten starten, damit ich nicht gegen die Wand knall. Was? Was? Ja. Yes. Hier hochkommen. Okay. Da passiert halt safe nochmal was. Ah, okay. Ich spawn hier wieder. Immerhin das. Naja. Bitte lass mich einfach. Nein, nein. Die Fahne. Ich hab's. Freunde, ich hab's geschafft. Die ersten zwei Level sind geschafft. Ich frag mich jetzt, wenn ich die Seite aktualisiere, ob ich dann wieder bei Level 1 bin. Wahrscheinlich ja. Ja, safe ja. Aber wenn ihr trotzdem wollt, dass ich Level 3 und 4 mal aufnehme, das heißt für mich Level 1 und 2 nochmal machen. Ich würde es aber für euch machen, wenn ihr diese Videos feiert. Ah, die Level bleiben sogar gespeichert, sehe ich gerade. Die Level bleiben gespeichert. Das heißt, wenn ihr sehen wollt, wie ich noch Level 3 und Level 4 aufnehme, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Dann werde ich das noch machen. Und dann wird das Video bald kommen, wenn es bei euch gut ankommt. Also wenn ihr Bock darauf habt. Also ich weiß, Anfänger Mario kam gut an. Cat Mario, wie kommt Cat Mario an? Das sehe ich, wenn ich Video hochgeladen habe. Ich hoffe natürlich auch wieder sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. und dann sehen wir uns entweder, also sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Minecraft Video und danach vielleicht wieder beim nächsten Mario Cat. Keine Ahnung, wann ich es wieder aufnehme, wann ich mich wieder dazu überwinden kann. Ja. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.